Das heutige Horoskop, Vage, 10. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Als eines der beiden von Venus beherrschten Sternzeichen haben Sie eine besondere Verbindung zu allen Herzensangelegenheiten und der Intimität. Sie beschützt und führt Dich mehr als jedes andere Sternzeichen. Venus, als Planet, hungert nach Verbindung und Partnerschaft, genau wie Sie. Dies ist einer der Gründe, warum Sie von Natur aus so attraktiv und anziehend sind, dass Ihr Planetenherrscher es Ihnen schenkt. Schönheit, Harmonie und ein wahres Gefühl von Romantik und Verbundenheit erfüllen Sie auf der tiefsten Ebene. Wenn Sie dies wissen, können Sie Ihre angeborene Authentizität mehr als je zuvor annehmen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr emotionaler Zustand Ihre finanzielle Situation bestimmt. Typischerweise sind Sie ein faires und ausgeglichenes Zeichen, das sich nicht so schnell aufregen lässt. Aber vielleicht fühlen Sie sich etwas anders, wenn der Mond in seinen Untergang eintritt. Vielleicht hatten Sie eine lange Arbeitswoche oder vielleicht geht es Ihnen einfach irgendwie schlecht. Was auch immer passiert, die Verrücktheit kann diesen Drang, Geld auszugeben, verstärken. Auch wenn Sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen sollten, sollten Sie darauf achten, dass Sie es nicht übertreiben, sonst bereuen Sie diese Belastungen möglicherweise am Ende des Wochenendes. Vier Tage nach Venus kehrte der Planet des Geldes in ihren Einkommensbereich zurück und heute gesellt sich der Mond hinzu. Dies ist der letzte Besuch des Mondes in diesem Jahr und der einzige Besuch, während Venus hier ist, mit der Chance, den Riecher für Geld zu schärfen und als Auslöser zu fungieren, während die Gesetze der Anziehung in Kraft sind. Wie bei der Rückkehr der Venus wird sich der Mond in ihrem Arbeitsbereich direkt in einen freundlichen Aspekt zu Saturn bewegen und so die bereits geknüpfte Bindung stärken. Für manche ist es schwierig, ausreichend Wasser zu trinken. Es braucht Zeit und Übung, um die Gewohnheit zu kultivieren. Hier einige Tipps. Fügen Sie Ihrem Wasser frische Zitrone hinzu, um den Geschmack zu verbessern und Ihr Immunsystem zu stärken. Stellen Sie realistische Erwartungen an sich selbst, denken Sie zunächst daran, dass es genauso einfach ist, zwei Gläser Wasser zu trinken wie eins. Und eine Tasse Kräuterte vor dem Schlafengehen zählt auf jeden Fall. Dieses nächtliche Ritual spendet Feuchtigkeit und entspannt Sie. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Einkommen aufzubessern, wenn Ihnen die Finanzen einfach zu knapp werden. Wenn Sie die Essenz dieses Tages nutzen, um Ihr Brainstorming in diesem Bereich zu unterstützen, wird dies eine große Hilfe sein. Vielleicht müssen Sie für eine Weile einen zweiten Teilzeitjob annehmen, um die Dinge besser unter Kontrolle zu bekommen. Eine weitere Möglichkeit ist es, um eine Gehaltserrührung zu bitten. Bedenken Sie, dass der Tag nur eine begrenzte Anzahl von Stunden hat und Sie nicht alle arbeiten können. Denken Sie über Ihre Möglichkeiten nach. Drei Tage, nachdem Venus nicht nur die Waage verlassen hat, sondern auch alle Planetenaktivitäten in ihrem Zeichen für dieses Jahr beendet hat, macht der Mond nicht nur seinen gewöhnlichen monatlichen Besuch, sondern auch seinen letzten für das Jahr. Zum ersten Mal seit über fünf Monaten wird es, wenn der Mond morgen verschwindet, bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres keine Planetenaktivität mehr in ihrem Zeichen geben. Aber der Südknoten bleibt bestehen, um Sie mit Ihrem wahren Weg und Kurs in Verbindung zu halten. Da sich der Mond morgen vor seiner Abreise auf den Südknoten ausrichten wird, hören Sie weiterhin auf Ihre Intuition, Ihre Instinkte und Ihre Vorstellungskraft, ohne zu viel nachzudenken. Gerade als die Sonne Ihre letzten zwei Wochen in Ihrem Kommunikationssektor erreicht, bewegt sie sich auch in einem freundlichen Aspekt zu Chiron, dem Planeten der Heilung, in rückläufiger Bewegung in Ihrem Beziehungsbereich. Zufälligerweise geschieht es genau zu dem Zeitpunkt, als der Mond, der sich durch die Waage bewegt, mit Chiron zusammenstößt. Während der Mond alle Probleme ausblendet, kann die Sonne Ihnen eine Stimme geben, in einer Zeit, in der Worte die Kraft haben, zu heilen. Täglicher Planetenüberblick Der heutige Tag markiert einen himmlischen Wandel, da der Mond von der diplomatischen Waage in die intensive und transformative Sphäre des Skorpions übergeht. Dieser kosmische Übergang lädt uns ein, die Evolution anzunehmen und alle verbleibenden Frustrationen der vergangenen Tage loszulassen. Die Mondenergie giffelt in einem Quadrat zu Pluto unter dem Einfluss der Waage, bevor sie sich auf Saturn im Skorpion ausrichtet. Bei verbalen Äußerungen ist Vorsicht geboten, um zukünftiges Bedauern zu vermeiden. Die vorherrschende Energie ist nicht ohne Herausforderungen und die Bewältigung schwieriger Emotionen ist wahrscheinlich. So verlockend es auch sein mag, zu viel auf sich zu nehmen, ist es dennoch ratsam, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um sich nicht überfordert zu fühlen. Konzentrieren Sie sich auf Dinge, die für Sie von größter Bedeutung sind. Sollten Sie sich entscheiden, neue Unternehmungen zu wagen, bleiben Sie offen für eine Zusammenarbeit, denn der Erfolg ist leichter zu erreichen, wenn die Energien gebündelt und Ablenkungen minimiert werden. Finanzielle Angelegenheiten spielen heute eine herausragende Rolle und bieten Möglichkeiten für Investitionen in Projekte, die früher mit Vorsicht angegangen wurden. Seien Sie vorsichtig und verlassen Sie sich auf Ihren gesunden Menschenverstand, denn Erfolg erfordert Anstrengung und gründliche Recherche. Trotz der positiven Umstände sind proaktive Maßnahmen unerlässlich, um echte Erfolge zu erzielen. Die Konzentration auf alltägliche Aufgaben kann sich jedoch als schwierig erweisen und die Motivation kann nachlassen. Es ist wichtig, nicht entmutigt zu werden, wenn die Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Wenn Sie Ihr Bestes geben, kann dies zu begrenztem Erfolg führen. Wenn Sie jedoch wieder Gelassenheit erlangen, wird das Selbstvertrauen wiederhergestellt und die Voraussetzungen für erhebliche Verbesserungen geschaffen. Finanzielle Bedenken erfordern heute sorgfältige Überlegungen und können zu Verlusten führen, wenn Sie nicht mit Vorsicht angegangen werden. Bleiben Sie wachsam gegenüber denen, die versuchen könnten, Sie zu manipulieren oder zu täuschen. Gehen Sie bei den erhaltenen Ratschlägen kritisch vor, da einige von Ihnen möglicherweise aus Eigeninteresse getrieben sind. In der Zwischenzeit macht die Rückkehr des Mondes in Ihren Finanzsektor, die mit der Anwesenheit von Venus zusammenfällt, diesen Besuch zu einem unverzichtbaren und emotional aufgeladenen Besuch, der wertvolle Einblicke und eine gesteigerte finanzielle Intuition bietet. Dieser Mondbesuch ist von besonderer Bedeutung, da er der letzte des Jahres ist und dem gewöhnlichen monatlichen Charakter mehr Tiefe verleiht. Himmel für heute Während die Sonne Ihre letzten zwei Wochen in Ihrem Finanzsektor betritt, steigt die Vorfreude, da Venus, der Planet des Geldes, noch drei Wochen von seinem verspäteten Auftritt entfernt ist. Während sich Ihre Wege in dieser Zeit nicht kreuzen werden, ermöglicht der strategische Zeitpunkt der Venus, Ihre Kräfte mit dem Mars zu bündeln, um das laufende Geschäftsjahr abzuschließen und das nächste kraftvoll anzustoßen. Die Einblicke und das Verständnis, die Sie jetzt in Finanzangelegenheiten gewinnen, werden den Grundstein für Venus legen, wenn sie ankommt, und ihre Fähigkeit verbessern, sich in der Währungslandschaft zurechtzufinden und sie zu beeinflussen. Merkur, der schnellste Planet, befindet sich in der letzten Phase seines normalerweise kurzen Aufenthalts von 14 bis 15 Tagen. Es erweist sich jedoch als unmöglich, den sich langsam bewegenden Pluto einzuholen, da Merkur in Vorbereitung auf eine bevorstehende rückläufige Phase langsamer zu werden beginnt. Diese Verlangsamung verschafft Ihnen zusätzliche Zeit und die Möglichkeit, Ihre Finanzstrategien zu überdenken und bietet Ihnen die Möglichkeit, bei Bedarf wieder ans Zeichenbrett zu gehen. Angesichts potenzieller Turbulenzen ist es von entscheidender Bedeutung, Gelassenheit zu bewahren, insbesondere wenn sich Vorsätze möglicherweise nicht wie erwartet entwickeln. Manchmal sind es die Interaktionen mit anderen, die eine Herausforderung darstellen. Anstatt überzureagieren, können Sie durch die Wiederherstellung der Gelassenheit und den Ausdruck von Selbstvertrauen von kleineren Rückschlägen verschont bleiben. Die letzten Tage haben beide Seiten des Finanzspektrums begünstigt und ein harmonisches Zusammenleben ermöglicht. Venus bildet zusammen mit der heutigen Mondbewegung einen freundlichen Aspekt für Saturn in ihrem Finanzsektor. Diese positive Ausrichtung erfolgt genau dann, wenn Neptun im selben Sektor direkt wird, was die günstigen Finanzenergien verstärkt. Der jüngste Besuch des Mondes hat ihren finanziellen Instinkt geschärft und bietet einen Einblick in die aktiven Kräfte, die in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere eine Rolle spielen. Diese Kombination kosmischer Einflüsse bietet eine umfassende Perspektive und verbessert ihre Fähigkeit, sich sowohl in finanziellen als auch beruflichen Bereichen effektiv zurechtzufinden. Versuch des Mondes